Schade, dass wir uns nicht gerusht haben. Du weißt doch gar nicht, wer auf die Idee mit der Pistol-Only gekommen ist. Ach ja, aber das ist doch eine relative Standard-Idee, oder? Crossbow-Only, Pistol-Only. Nee, ich meine jetzt bei uns hier das Game. Ach so. Ey, vielleicht wird das ja ein grandioser Win. Oh, hier kommt ein Wagen von der Schule. Titanfall, ja, okay, das hat mich ja auch nicht so richtig... Vor mir, die fahren direkt auf mich zu, keine Ahnung. Oh, vielleicht gehen die an die Dinger. Gehen die an die Halle oder so? Oh, da schießen welche von draußen. Schießen auf die. Ja. Ich sehe den da oben am Berg. Vielleicht trifft das. Pass auf, hinter uns, äh, Südosten auf dem Berg ist auch irgendwie eine dicke Sniper. Oh. Die hat gerade auf mich geschossen. Ich glaube, das ist die Drop-Sniper von Kochenki da irgendwie. Ja, da oben sehe ich die auch. 150 Grad von mir aus, da steht ein gelber Dutch-Share. Und da sind die, glaube ich, zur Zweit, hocken die da oder so. Ach da, ja. Ja, ich sehe den Dutch-Share. Direkt daneben, an dem Baum, da hockt einer oder zwei dran, keine Ahnung. Wir machen Taktik, warten, warten. Ja gut, wir spielen Pistol-only, ne? Wir können jetzt natürlich auch nicht die Scots rushen. Eigentlich musst du Bier für morgen besorgen. Bier? Ja, also ich werde beim Turnier nicht trinken. Nee, nee, nicht beim Turnier, aber Siegerehrung. Ach so. Aber eigentlich, also ich würde sagen, also wenn überhaupt nur Platz, also für Platz 3 oder so. Und das ist schon schwer genug, glaube ich. Hm. Ey, das ist cool. Hier war ich noch nie drauf. Wenn man irgendwann hier die letzte Zone ist, wäre das cool und der andere hier rein muss. Mal, zeig mal. Von der anderen Seite erwartet der mich, glaube ich, nicht. Also von der anderen Seite. Naja, von der anderen Seite nicht, aber also hier. Ja, ja. Ich meine ja, wenn hier die Zone ist. Ja, dann gehe ich hier hin. Von deiner Seite aus. Hier guckt man ja auch ganz gut hoch. Wir werden definitiv First Five. Ja, ey, ich meine, man weiß das nie. Das ist halt, da ist einfach RNG, ist einfach bei dem Spiel. Glockt oder so, keine Ahnung. Also man kann das wirklich nicht sagen, wie weit jeder im Einzelnen kommt. Und so, Leute, die das Spiel gestern erst angefangen haben können, erster, zweiter werden. Und Leute, die die ganze Zeit spielen, socken können, hinter der Reihe sein, ne? Ist einfach so. Das weiß man ja leider nicht. Also wir müssten auf jeden Fall mit dem Auto reinfahren. Wenn wir über die Felder mit den Pisten laufen, dann rieb. Wo haben wir die Karre geparkt? Ja, da hinten auf der anderen Seite. Wollen wir den mal holen? Wir können ja vor die Halle fahren. Ja, der ist aber Platz 1 EU, weil der sich in die Zone reinkämmt. Jetzt nicht, weil der super der Aiming-Gott ist, so wisst ihr? Das ist natürlich ein bisschen anders dann. Ja, lass mal einfach irgendwo reinfahren. Kein Plan. Oh, ich wollte schon sagen, das wäre jetzt eine lange schöne Fahrt gewesen. Wir können uns auch hier reinlegen, in die Mitte so. Ja, das könnte man auch machen, klar. Das ist halt besonders effektiv, wenn man einen Scope hat auf Entfernung. Ja, dann hoffe ich nur, dass keiner die Reifen kaputt schießt, ne? Das kommt vom Wassertank. Okay, warte, hier vorne kommt die UZ. Der wird wahrscheinlich einfach nur vorbeifahren. Oh, nee, bleib stehen. Bleib stehen. Okay. Doch nicht. Der Wagen brennt, der Wagen brennt gleich. Oh, fuck. Ich habe jemanden ausgelockt. Lul. Ich habe beide gekillt. Ich habe zwei Kills gekriegt. Lul. Lul. Oh, da vorne sind auch die Sniper. Meinst du, die Leiche hier vorne, die ist halt nicht weit weg, aber... Ja, kannst du ja probieren. Ah. Ich lege dir mal ein bisschen Medic-Stuff hier hin. Ich habe den da gelootet. Ah ja. Ja, danke. Naja, ein bisschen ist gut. Hier, einen Pankler kannst du noch haben. So, wir versuchen den anderen auch noch zu looten. Ich weiß leider, ich sehe den leider nicht. Also ich habe Probleme... Ohne, warte, ich renn mal, ich renn mal. Ach, scheiße, ich habe gar keinen Platz. Der hat auch nur noch zwei Boosts. Eine Pfanne noch, wenn du was. Wir spielen Pistole ohne, du hast keinen Platz. Ich habe 309 Millimeter mit. 120 von meiner Haufe. Äh, 150 Grad Spieler auf der anderen Straßenseite, hinter diesem Garage raus. Die kommen ja wahrscheinlich gleich hierher. Ich komme dir hier rein. Die müssen ja eigentlich irgendwie in die Richtung kommen. Ja, ich sehe den hinter der... Hinter meiner Halle. Der kommt links bei dir lang. Also da, die Richtung. Da kommt der lang. Aber nur einen gesehen. Der rennt ohne... Wollen wir den? Oh, jetzt haben wir nicht gehört. Fuck, ich sehe den nicht. Der ist an den Steinen quasi. Ja, warte, ich habe eine Nate. Ich werfe mal Mollo dahin. Mhm. Neben dem Wagen ist der quasi. Brennt der zufällig? Nee, der ist ganz kurz vor ihm. Also ganz kurz vor Mollo ist der. Okay, warte. Oh, ich werde von hinten beschossen. Oh, shit. Muss ich mal eben kurz heilen. Und zufällig eine Granate wieder hin. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Der ist tot. Nice. Ich werde von irgendwo anders noch beschossen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich von den Wasserturm-Leuten immer noch, oder? Der war instant down, ne? Ja, ja, der war tot. Der hat, ähm... Ja, scheiße, ein Zweim ist kaputt. Der hat aber noch fünf First Aid-Kids. Hat der Boost zufällig? Also ich... Ja, ja, ich habe ein paar Boost genommen. Und Granaten. Ich glaube, Smokes werden ganz nice für den Kreis jetzt, ne? Bist du dat? Bist du dat? Der bei mir ist? Hier ist einer vor mir in den Steinen noch. Okay. Hab ihn. Nice. Oh, wir werden hier hart beschossen. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht von wo. Keine Ahnung. Wir haben nur noch 30 Sekunden, ne? Aber wir können links lang die Zone. Naja, aber da auf dem Berg 285 ist einer. Also ich glaube, jetzt ist vorbei die Runde. Warte mal, können wir den Wagen hier noch nehmen? Ich weiß nicht, ob der drin ist. Das müssten wir ausprobieren. Achso, der hier. Ja, lass einfach reinfahren. Schaffst du denn die Kurven zu kriegen hier? Mit Drücken hat es gar nicht so. Ich mette einfach vorbei. Ich kann dir gleich Boost geben. Links, 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 links. Ja, ich habe jetzt von dem, der da lag, glaube ich schon... Also brauchst du mir X-Men geben. Okay. Also vor uns auf dem Berg waren halt welche. Achso. Ja, aber da sind welche. Die gucken eh. Scheiße, ja. Und da läuft einer, links ist einer lang gelaufen. Dann müssen wir doch vorne lassen. Hier sind halt überall welche, ne? Naja. Ich gucke, lassen wir irgendwo vielleicht einen Baum haben. Wenigstens als Deckung. Der hier vorne ist nicht drin. Über uns, über uns, über uns, über uns. Ja. So, aber der hat den mit der ist schon Saiga getötet. Ja, dann lass uns einfach, äh... Ist da die Häuser links? Venedig oder so? Warte mal, hier vorne der Stein. Oh, rechts von uns, rechts von uns, rechts von uns. Ja. Hier vorne krabbelt einer, 165. Hinter dem, hinter dem rostigen Wagen ist einer. Der hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Wolltest du da ne... Ich kann da ne Granate mal hinwerfen, aber... Also hier vorne hinter dem rostigen Wagen vor dem Tor. Ich hab den gesehen, ja. Ich werf mal ne Granate. Ah, die war nicht so gut. Ja, aber pass auf, äh, 30 ist auch noch ein UEC gehalten, ne? Ja, da ist einer am Baum. Bei 30 ist einer am Baum. Weit weg, also über der Straßenseite noch? Ja, der Baum an dem UEC. Warte mal, ja, ich sehe seinen Kopf, ich kann. Ich sehe seinen Kopf, ich schieße gleich mal. Der kommt halt gerade nicht. Da sind zwei, einer hat vier Hills. Hab einen ausgenockt, ja. Sauber! Let's go. Die sind tot. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ha, 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 sechs Kills hab ich schon. Ha, ha, bis klauen die Runde. Gegen Leute mit Waffen. Äh, pass auf, hier rechts, da war ja noch einer, ne? Ja, ja. Oh, fuck, da hinten ist einer. Genau auf der anderen Seite an der Zone. Scheiße. Ah, den könnte ich jetzt toten. Hätte ich ne... Hätte ich ne andere Waffe, hätte ich den töten können. Ah, der muss mal zu den Schüssen gehen, oder? M-m, müssen wir, müssen wir. Sehr offene Zone. Und ganz links am Baum ist einer. Wir müssen hier irgendwo... Äh, wir haben... Wir haben keine Deckung zu dem am Baum. Der links ist. Ja, ich sehe den. Komm mal, wenn ich mich hier hin... Vor mir liegen zwei. Einer ausgenockt. Acht Kills. Der letzte nur noch, der da hinten am Baum ist. Die Zone, was ist die für uns? Nein. Also halt... Wir müssen zu dem. Hast du Smokes? Ich hab... Ich hab keine Smokes. Zwe Smokes, ja. Ich hab zwei. Lass sie vor uns werfen, dass wir... Ich geb dir mal eine kurz hin und dann... Ich muss sie einfach vorwerfen, damit wir... 60 Grad oder so, wo wir den Stein da so in die Richtung kommen. Genau, genau. Deswegen smog ich dazu. Ich boost mich mal eben noch und dann... Ja, ich auch. Naja, müssen wir eigentlich pumpen, dann einer links und einer rechts oben oder so, wenn wir den sehen. Ja. Okay. Ich geh oben an den Baum. So links. Ich weiß nicht, wo der ist. Der müsste irgendwo hier oben sein. Vor mir, oder? Vor mir, vor mir. Genau vor mir. Weil ich werfe an den Nate. Ja, ich will ihn. Wir haben gewonnen. Oh mein Gott. Neun Kills Pistol Only. Mein Nate hat den gekillt. Oh mein Gott. Okay, die Pistol Only-Runde kannst du dann, glaube ich, auch alleine spielen. Ich glaube, da brauchst du mich nicht schön. Oh mein Gott. Pistol Only-EU-Duo.